Nur mal kurze Einschätzungen zum Sieg heute? Ja, ich denke mal, die erste Halbzeit war überragend, wie im Hinspiel eigentlich. Du musst doch eigentlich 3-0 führen, 4-0 führen. Zweite Halbzeit haben wir so ein bisschen, naja, vielleicht zu passiv agiert, aber wir haben die englischen Wochen in den Beinen. Auch eine Umstellung heute, wir haben ja wieder 16 Positionen. Und ich kann an der Mannschaft nur sagen, Respekt, verdienter Erfolg, auch wenn die zweite Halbzeit vielleicht ein bisschen schwammig wird. Und Teixeira heute Mann des Spiels? Ja, er soll ja jetzt so langsam reinwachsen, das hat er ordentlich gemacht, ein schönes Tor gemacht, erste Halbzeit richtig gut gewesen. Und von der Worte her freue ich mich und hoffe, er bleibt da weiter dran. Das liegt jetzt an ihm. Okay, danke.